Ihr habt das schon gesehen, ein Riesenteil, Moela Skorpion, oder Skorpion, Moela Griff, schön eingeläsert das Logo, hier eine etwas längere Fehlschärfe, da kann man nämlich hinter dem Guard noch schön anfassen und arbeiten. Ansonsten ist das halt so ein Stichwerkzeug hier oben, schöne Fehlschärfe, auch richtig schlichte Klinge, Moela Skorpion, ein bisschen drauf geläsert. Made in Spanien, natürlich, ja, super, super Gerät. Dazu gibt es eine Lederscheide, die das Ding auch wunderbar hält, hier oben ist so eine Gürtelschlaufe, ich glaube, da passt jeder Gürtel der Welt durch. Richtig, richtig fein. Saugeil. Richtig, richtig fein. Richtig, richtig fein. Richtig, richtig fein. Richtig, richtig fein.